Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich alles wieder um Falten-Design und hier diesmal die Augenpartie und zwar die sogenannten Krenenfüße. Denn wenn unsere Patientin gleich mal ein bisschen lacht und eine Mimik zeigt, erkennt man an den Augenwinkeln, zeichnen sich Fältchen ab und die werden jetzt mit Botox behandelt, reines Botox. Und das sollte man wirklich nur einem Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie in die Hände geben. Und ja, hier sehen wir einmal die Behandlung. Das Präparat wird jetzt noch ein bisschen verstrichen, damit es auch in der richtigen Schicht ist und damit wir auch ein schönes Ergebnis erwarten können. Und damit verabschieden wir uns.